Wow! Dankeschön MarkTV! Endlich wieder Togo-Tour! Hier hat alles für uns begonnen vor vier Jahren. Wir sind so dankbar, dass wir nochmal dabei sein dürfen. Vielen Dank an SuperRZL, vielen Dank an Togo. Wir haben wirklich viel gemacht in letzter Zeit und in fünf Tagen. Leute, wir haben uns schon unser neues Album. Es heißt Feuerherz, genau wie wir, weil wir das erste Mal auch als Songwriter tätig waren und die Songs selbst geschrieben haben. Und von diesem neuen Album hört ihr jetzt ein Song und der animiert euch alle dazu mitzutanzen. Deswegen hofft ihr, dass ihr alle mitmacht. Wie heißt das Song? Wisst ihr das? Steh auf und tanzen mit mir! Steh auf und tanzen mit mir! Genau, viel Spaß noch. Und wir brauchen eure Arme dafür!